Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 8. Februar 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1161. Und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Ikea, Devolo, Meta, Brack und Reparatur. Ich starte gleich mit Ikea. Die haben nämlich in 35 Einrichtungshäusern in Europa sogenannte Sustainable Living Shops eingerichtet. Was sind das? Das sind Shops, die einem zeigen sollen, wie man einen Tag, und zwar möglichst jeden Tag, nachhaltig gestalten soll und oder könnte. Klingt spannend. Ich muss mal bei Ikea Schweiz nachfragen, ob es das auch in der Schweiz gibt. So einen Shop möchte ich mal sehen. Also Shop in Shop logischerweise. Zum Thema Devolo, dem Netzwerkanbieter mit seinen berühmten Powerline-Adaptern, gibt es vor allem am gestrigen Morgen einiges in Nachrichten. Plötzlich hiess es irgendwo, Devolo bankrott, Devolo an Insolvenz angemeldet etc. Kurz später kam dann auch schon die Bestätigung privat, also privat in mein E-Mail-Postfach vom Blog von Devolo selber und dann auch schlussendlich dann die Pressemitteilung dazu. Ja, es ist so, aktuell ist sie im Schutzschirmverfahren, die deutsche Firma dahinter, und man möchte sich so reumstrukturieren und somit dann wieder gut aus der Sache rauszukommen. Wie das Ganze laufen wird, wird sich zeigen. Ich bin gespannt und vor allem bin ich mir gespannt, wie das dann ausschaut mit weiteren Devolo-Produkten und oder ob das dann vielleicht einer der Gründe gewesen ist, weshalb man beim letzten grösseren Modell nicht auf Wi-Fi 6 gesetzt hat. Ich bin gespannt und habe nachgefragt. Weiter geht es mit Facebook. Genau gesagt mit diesem vier Buchstabenfirma, die hinter Facebook und Instagram steht. Was haben die vermeldet? Zumindest der Herr Zuckerberg und das im Jahresbericht, den er jüngst an der Börsenaufsicht der amerikanischen SEC übermittelt hat. Da hat er nämlich geschrieben, dass es über kurz oder lang sein könnte, dass sie sich aus Europa zurückziehen. Also jetzt nur mit Facebook und Instagram gesprochen. WhatsApp war nicht die Rede. Weshalb will Herr Zuckerberg das tun? Ja, wegen dieser DSGVO. Ich kann es immer noch nicht nach so vielen Jahren. DSGVO, denn die ist böse. Die lässt ihn nicht richtig arbeiten, weil so können sie nicht die Daten, die sie bei Facebook und bei Instagram sammeln, über euch zusammentragen und damit noch mehr Kohle scheffeln. Das heisst, sie können nicht richtig arbeiten und deshalb will man uns das verwehren. Das sei besonders schlimm für kleine Firmen und mittelständische Firmen, denn sie seien angewiesen auf dieses Facebook, hiess es da. Ja, es ist so, man kann viel Geld ausgeben für Werbung in Facebook. Man kann auch viele Leute erreichen. Seit aber hier gewisse Regelungen wie DSGVO stattfinden und natürlich auch dieses böse Apple da drüben, funktioniert das nicht mehr ganz so. Da muss man halt umdenken und neue Geschäftsfelder entdecken, würde ich doch mal sagen. Und vielleicht mal ein bisschen sauberer werden. Die Börse ging heute nicht mehr weiter bergab, also doch eben nicht mehr bergauf. Sie ging weiter berg runter. Zehn Punkte ging es nochmals runter, nachdem es in der letzten Woche so stark gekracht hat. Ich habe, glaube ich, in der letzten Episode davon berichtet. Beim Schweizer Online-Händler BRAC gibt es ein BRAC Plus Abo. Wer sich jetzt denkt, aber wo gibt es sie? Das nutzt du doch schon lange und darüber hast du einen Blog auch schon geschrieben. Ja, das gibt es schon länger. Gibt es jetzt aber in neu, in kostenlos, für alle, die schon mehr als fünfmal bestellt haben. Die können jetzt allesamt von den neuen Möglichkeiten partizipieren. Unter anderem auch von den ganzen Angeboten, die das BRAC Plus Team immer wieder mal zusammenstellt. Neu kann man bis 18 Uhr und nicht nur bis 17 Uhr bestellen, wenn man BRAC Plus Kunde ist. Und, und, und. Was aber auch wegfällt ist, und das ist für mich ein bisschen traurig, der Kleinmengenzuschlag, denn den hatte ich mir für etwas um die 40 Währungseinheiten jedes Jahr erkauft, dass ich den nicht mehr habe. Der fällt jetzt weg in dem Sinn, dass der nur noch für drei Bestellungen pro Jahr gilt. Und somit, ja, wenn ich so mein Portfolio anschaue, was ich in den letzten drei Monaten bestellt habe, ja, 98 Prozent der Bestellungen gingen unter 50 Währungseinheiten durch. Mal schauen, wie sich das in Zukunft entwickeln wird und wie fleissig wir da noch bestellen können. Und, oder ob ich da was falsch verstanden habe. Ich habe mal angefragt bei BRAC. Bin gespannt auf die Rückmeldung. Im Sommer diesen Jahres, und dann kommen wir schon zum letzten Thema, geht das neue Gesetz oder die Vorlage zum Recht auf Reparatur vor die EU. Die EU will Samsung, Apple, Huawei und all die anderen Hersteller wie Oppo etc. dazu zwingen, dass ihre Geräte einfach reparierbar sind. Wenn sie das nicht sind, könnte es so kommen wie in Frankreich oder irgendwo im Norden, wo es dann so Strafpunkte gibt oder eben Kleber auf die Produkte, wo draufsteht, wie, Anführungsschlusszeichen, schlecht die Produkte zu reparieren sind. Wir haben es immer wieder mal im Geek Talk, dem News-Format, dem Mutter-Format hier von des Podcasts davon gehabt. Ich sehe das ein bisschen zweischneidig. Zum einen eben die Produkte sollte man natürlich reparieren können, keine Frage. Als zweites sollte die eben auch sauber ausgeführt werden. Und wie immer, wenn es da andere Möglichkeiten gibt und auch günstigere Möglichkeiten, dann wird gespart und schlussendlich könnte das Produkt darunter leiden. Das klingt jetzt fast wie die Pressemitteilung, die eventuell einer der Herstellen vorgenannten herausgebracht hätte. Aber ich sehe da halt einfach täglich, nicht ganz täglich, mehrfach die Woche sehe ich einfach Smartphones und nicht nur von Apple, sondern von allen möglichen Herstellern, die bei irgendwelchen komischen Reparaturservicen repariert wurden und nachher einfach nicht mehr funktionieren oder nicht mehr so gut tun wie vor oder gewisse Funktionen nicht mehr, weil die Antenne nicht angeschraubt wurde, das GPS und so weiter. Es hat alles ein Dafür und der Wider. Somit natürlich sehr schwierig, wie das Ganze funktionieren wird. Ich bin mal echt gespannt und vor allem wäre ich gespannt, wie sich das über die Jahre, so nach fünf bis zehn Jahren, auswirkt mit eben diesem Reparaturindex, zum Beispiel den es in Schweden gibt oder eben Frankreich, wo ich vorgesagt habe. Das war mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, freue mich auf eure Rückmeldungen, Feedback etc. Und ah ja, danke vielmals noch an den, und jetzt muss ich kurz in mein Mailpostfach, den Tobias, der mir auf die Folge Geek Talk Daily 1158 sich zurückgemeldet hat, mit einer App, genau mit der App des Roten Kreuzes, womit man eben das, wie heisst das Zertifikat schon wieder, das COVID-Zertifikat in die Apple Wallet bekommt und nicht eben so eine Bastellösung, wie ich angesprochen habe. Besten Dank an der Stelle nochmals. Ich werde die App verlinken und ich werde das auch mal ausprobieren. Aber so wie das da drin steht, Green Pass EU, also EU, wird das wahrscheinlich nicht in der Schweiz funktionieren. Auf jeden Fall dennoch vielen Dank an der Stelle. Bis bald, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.